Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin hier heute in der Redaktion von Europa bei Sony Music und wurde damit überrascht, dass ihr ganz viele Fragen gestellt habt, die ihr gerne von mir beantwortet haben möchtet. Ich greife jetzt hier einfach mal rein und gehe die Fragen mal durch. Also Michi-Shaw fragt, besitzt du irgendein Kleidungsstück, das nicht schwarz ist? Ja, besitze ich, aber sehr wenige. Es gibt dann mal eine Hose, die blau ist. Das könnte eine Jeans sein. Fußballtrikots, die nicht schwarz sind. Aber am liebsten tatsächlich trage ich schwarz. Das ist natürlich vielen aufgefallen. Ich fühle mich darin wohl. Ich habe auch nicht so viele Varianten. Ich habe nur zum Beispiel von diesem Kleidungsstück hier habe ich ganz viele, so kann ich die immer frisch anziehen und habe dann sowas für jeden Tag. Lucy fragt, wenn du Justus Jonas heute treffen würdest und er wäre genauso alt wie du, was würdest du ihn fragen und was denkst du wäre aus ihm geworden? Würdet ihr vielleicht sogar Freunde werden oder eher mit Peter und Bob? Also das wäre natürlich schon mal spannend, wenn es Justus Jonas wirklich geben würde, ihn zu treffen, zu sehen, wie er so ist. Wir teilen uns ja im Prinzip nur die Stimme. Ich bin selber ganz anders als er. Aber natürlich ist er nur eine Hörspielfigur. Ob ich mit Peter oder Bob befreundet wäre lieber oder keine Ahnung. Das muss man dann einfach sehen. Ich gehe gern auf Menschen zu, gucke, was sind das für Menschen. Komme ich mit denen klar? Interessieren die mich? Möchte ich mehr Kontakt zu denen haben oder nicht? Das ergibt sich ja immer aus der Situation. Das müsste man dann mal sehen. Also wenn Justus wirklich so wäre, wie er ist, manchmal so ein bisschen rechthaberisch, manchmal so ein bisschen penetrant. Er ist ja auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Mensch. Er will immer die Ehrlichkeit und er will Lügen in der Erwachsenenwelt aufdecken. Das ist ja das, was ihn antreibt, was alle drei antreibt. Sie können ja nicht ohne einander. Mit solchen Menschen könnte ich mich sicherlich gut verstehen, aber ich glaube kaum, dass Justus Jonas mit mir ins Fußballstadion oder zu Konzerten gehen möchte. Ich glaube, das wäre ihm viel zu langweilig. Aber wahrscheinlich würden wir zusammen essen gehen. Das würde ihm gut gefallen. Anita fragt. Hallo Oliver. Mich würde interessieren, ob die Synchronisation von Benni in Eis am Stiel und gleichzeitig die Aufnahme von den drei Fragezeichen dich damals amüsiert hat. Einmal der pumnige erste Detektiv und andererseits der Draufgänger Benni. Also erstens finde ich, Benni ist gar nicht so ein Draufgänger. Benni war immer der Romantische, der an einer ernsthaften Beziehung interessiert war. Ein sehr konstanter Mensch, würde ich eher sagen. Die beiden anderen waren eher so ein bisschen ein Draufgänger. Also es hat mich amüsiert, beide Rollen zu sprechen, natürlich. Das ist aber eine schauspielerische Aufgabe. Das kann man sehr gut machen, wenn man eben gerne Schauspieler hat, wenn man das als seinen Beruf ansieht. Dann kann man heute in die eine Rolle schlüpfen und morgen in die andere. Deswegen war das ehrlich gesagt überhaupt kein Problem. Benni in Eis am Stiel habe ich, glaube ich, von neun Folgen in sieben Folgen gesprochen. Das hat totalen Spaß gemacht, so einen Teenager-Klamauk zu sprechen damals. Marco fragt, wenn du Haare auf dem Kopf hättest, für welche Frisur würdest du dich entscheiden? Also das kann ich eindeutig beantworten. Ich würde mich wahrscheinlich für eine Kurzhaarfrisur entscheiden, die gar nicht mal so viel länger wäre als die Haare, die ich jetzt habe. Ich bin nicht der Mensch, der wie Oliver Kahn aussieht und die Haarspitzen dann noch über die Ohren wachsen lässt oder sich extrem scheitelt. Ich hätte wahrscheinlich eine Kurzhaarfrisur. Lisa fragt, mich würde interessieren, ob du nach so vielen Jahren immer noch mit Herzblut dabei bist, wenn du ins Studio fährst, um CDs aufzunehmen. Und ich hänge ein riesen Dankeschön mit dran. Ihr begleitet mich nun schon so viele Jahre und ich bekomme einfach nicht genug von euch. Vielen Dank, Lisa. Da freuen wir uns sehr. Und ja, ich fahre immer noch mit sehr viel Herzblut in jedes Studio für jede Aufgabe, die ich mache, für jede CD, die ich vertone. Ob das jetzt die drei Fragezeichen sind oder vor kurzem habe ich Kalle Blomqvist Meisterdetektiv einsprechen dürfen als Hörbuch oder wenn ich andere Hörbücher spreche oder zu anderen Hörspielen fahre. Ja, das macht mir großen Spaß und deswegen sage ich auch immer gerne, auf welche Rolle freust du dich am liebsten oder hast du eine Lieblingsrolle? Ich sage immer, ich freue mich immer auf die nächste Rolle, denn es ist immer spannend, was Neues zu machen. Auch wenn es die 195. Folge der drei Fragezeichen ist. Es ist ja ein neuer Fall. Ich freue mich immer total darauf. Herzblut ist immer noch voll da. Katharina. Findest du es merkwürdig, wenn du Filme guckst und deine Stimme hörst, weil du selber synchronisiert hast? Und erkennst du deine eigene Stimme, obwohl man seine Stimme selber ganz anders hört als der Rest der Welt? Ja, ich erkenne meine Stimme. Ich sehe dann natürlich auch den Film oder die Serie, die ich da gesprochen habe. Aber um das mal ganz klar zu sagen, ich selber schlafe nicht mit drei Fragezeichen ein. Das wäre mir dann doch zu viel, mich selber zum Einschlafen zu hören. Es käme mir ein bisschen komisch vor, mich an meinen Schrank zu stellen und zu sagen, welche Folge nehme ich mir denn heute raus mit meiner eigenen Stimme? Nee, also sowas würde ich jetzt nicht machen. Manchmal gucke ich durch Zufall dann irgendwelche Filme, in denen ich selber gesprochen habe. Gucke dann auch mal kurz rein, aber wenn es zum Beispiel ein Stiller-Film ist, den kenne ich ja dann schon. Dann schalte ich also auch bei Zeiten weiter. Ich gucke gerne Dokus. Ich gucke gerne Polit-Talks. Ich gucke gerne Fußballspiele oder auch Sportsendungen. Ich gucke gar nicht so viele Spielfilme. Christian fragt, wenn du dir einen Gastsprecher für die nächste Folge aussuchen dürftest, wer wäre das? Es gibt da ganz viele Leute, die ich mir gerne mal als Gastsprecher wünschen würde, aus dem Kollegenkreis, aus der Synchronbranche. Das sind oftmals Leute wie Olaf Reichmann zum Beispiel, den könnt ihr mal googeln. Timo Niesner, den würde ich gerne mal bei den drei Fragezeichen hören. Der Sprecher von Herr der Ringe. Ich würde mir auch mal BLAB wünschen, dass der bei uns was macht. Da müssen wir aber noch die richtige Rolle finden. Denn es muss dann natürlich was Besonderes sein, wenn mal so jemand kommt. Aber trotzdem bin ich da immer gespannt, wen Frau Körting alles besetzt. Und da lernt man auch oftmals sehr nette neue Leute kennen. Jo oder Jo unterstrich Chan 9. Wieso klingen eure Stimmen immer noch so wahnsinnig jung? Tun sie gar nicht. Also wir sind jetzt, wir sind ja noch wahnsinnig jung. Wir sind kurz über 20. Unsere Stimmen klingen nicht jung, aber wir sprechen ja Rollen, die jung sind. Und das ist dann auch wieder eine schauspielerische Aufgabe. Sich in diesen jungen Menschen Justus Jonas hineinversetzen und schon verändert sich die Stimme dadurch. Also ich verstelle nie die Stimme mit Absicht. So wie das Santiago Ciesma tut, wenn er Spongebob spricht, dann quetscht er richtig seine Stimme. Hat für Spongebob eine feste Stimme gefunden. Ich habe keine feste Stimme für Justus Jonas gefunden, sondern ich spreche ihn mal sehr ernsthaft. Verstelle meine Stimme nicht, aber die Rolle erfordert es ja, dass ich mich als 18-Jähriger fühle. Und dann klingt man plötzlich ein bisschen jünger. Die Auffassungsgabe eines 18-Jährigen ist anders als die eines, wie jetzt, Anfang 20-Jährigen. Und insofern klingen die Stimmen automatisch einfach ein bisschen jünger. Juli fragt, wenn ihr drei euch seht, nennt ihr euch dann eigentlich auch Erster oder Zweiter oder ruft laut Kollegen? Einfach aus Jux. Ja, aus Jux sagen wir mal Kollegen oder sowas. Aber insgesamt haben wir unseren Namen Andreas, Jens, Oliver gegenseitig noch nicht vergessen. Und wir können es auch gut unterscheiden, ob wir da jetzt in der Rolle drin sind oder ob wir da im Studio professionell miteinander arbeiten. Also wir nennen uns eigentlich nicht Erster oder Zweiter. Und Kollegen vielleicht mal ganz selten. Tim, was für ein Crossover würdest du dir wünschen? Zum Beispiel drei Fragezeichen und fünf Freunde oder doch lieber Benjamin Blümchen? Ich finde eigentlich, drei Fragezeichen sind mit sich ganz gut aufgehoben. Die fünf Freunde auch. Und Benjamin Blümchen ist was ganz anderes. Da würde ich mir eigentlich keinen Crossover wünschen mit Benjamin Blümchen. Das ist für eine ganz andere Altersgruppe. Geschichten, die drei Fragezeichen, die dann plötzlich für drei- bis fünfjährige ermitteln oder sechsjährige, glaube ich, dass das die Fälle nicht hergeben. Die fünf Freunde haben zu einer ganz anderen Zeit ermittelt. Wir ermitteln immer in der Jetztzeit mit den jetzigen technischen Möglichkeiten. Ich glaube, die drei Fragezeichen und die fünf Freunde würden überhaupt nicht zueinander passen. Die fünf Freunde hätten ruckzuck den Fall abgegeben, weil die drei Fragezeichen ihnen viel schneller und besser ermitteln können. Und insofern will ich überhaupt kein Crossover. Michi unterstrich Sean fragt, was war deine verrückteste Fanbegegnung? Es fragte mich einmal einer vorm Stadion des FC St. Pauli, zu dem ich gerne gehe und da eine Dauerkarte habe. Der fragte mich mal, du bist doch Oliver Robbitt. Drei Fragezeichen, sage ich ja. Darf ich mit dir ein Foto machen? Sag ich, ja, kannst du gerne machen. Freue ich mich. Dann sagt er zu dem Mann neben mir, sagt er, kannst du mal von uns ein Foto schießen? Und hat den gar nicht erkannt. Das war nämlich BLAB, mit dem ich da gerne zum Fußball gehe. Und den hat er überhaupt nicht erkannt. Der hat dann ein Foto von uns gemacht. Das fand ich ziemlich witzig. Was für eine Rolle würdest du gerne mal synchronisieren oder im Hörspiel sprechen? Also bestimmte Rollen, die andere schon gesprochen haben, sind ja dann schon gesprochen worden. Da habe ich jetzt also keine Ambitionen zu sagen, ich möchte jetzt unbedingt mal Matt Damon synchronisieren oder sowas. Matt Damon hat ja einen hervorragenden Sprecher, Simon Jäger. Ich lasse das einfach auf mich zukommen. Ich finde immer Rollen interessant, sowohl im Hörspiel als auch im Film, von Charakteren, die man jetzt vielleicht noch nicht mit mir verbindet. Immer neue Aufgaben sind interessant und die Abwechslung. Das muss man mal aussprechen. Lieber Oliver, was war dein Berufswunsch, bevor du Synchronsprecher geworden bist? Liebe Grüße, Mara. Ah, Mara. Tatsächlich, da ich als Kind schon synchronisiert habe und Hörspiele gesprochen habe und als Kind auch schon Theater gespielt habe, wusste ich eigentlich ziemlich früh, dass ich gerne Schauspieler werden möchte. In der sechsten Klasse habe ich mal den Vorlesewettbewerb des deutschen Buchhandels gewonnen und wurde danach, weil ich das auf Bundesebene war, Bundessieger im Vorlesewettbewerb, weil ich das gewonnen habe, wurde ich dann damals vom RIAS Berlin vom Radiosender zum Interview eingeladen. Und die fragten mich, was ich später mal werden möchte und da habe ich gesagt, ich möchte Vorleser werden. Das hat mir so einen Spaß gemacht, Leuten vorzulesen und das bin ich jetzt. Ich bin Vorleser. Also ich bin Schauspieler, weil um Bücher auch als Hörbuch zu lesen, muss man Schauspieler sein. Man muss dann Worte beseelen können und interpretieren können. Man muss also eine Schauspielausbildung haben. Man kann nicht einfach zu einer Hörspiel- oder Synchronfirma gehen und sagen, ich habe so eine tolle Stimme, Sie brauchen mich. Man muss halt den Beruf beherrschen, um Worte zu beseelen. Das habe ich dann auch gemacht, bin zur Schauspielschule gegangen, darf aber heute in meinem Beruf der Schauspielerei die besondere Sparte der Hörbücher, der Hörspiele und der Filmsynchronisation, darauf habe ich mich spezialisiert, die darf ich nun besonders häufig machen. Und das macht mir Spaß, das ist eben meine Sparte. Das ist wie bei Sportlern, die ja auch nicht in jeder Disziplin eine Goldmedaille gewinnen können, sondern eben in ihrer Disziplin nur, habe ich mich auf die Disziplinen des Hörbuchs, des Hörspiels und der Synchronisation spezialisiert und fühle mich da genau richtig aufgehoben und fühle mich dazu berufen und bin mit meinem Beruf sehr glücklich. Sarah fragt, was ist die größte Herausforderung oder die größere Herausforderung oder kann man das zu wenig vergleichen? Einen rein fiktiven Charakter wie Just nur durch die Stimme zum Leben zu erwecken oder ein bekanntes Gesicht wie Ben Stiller zu synchronisieren? Das sind zwei verschiedene Aufgaben. Einmal stelle ich mich in den Dienst von Ben Stiller und versuche ihn so gut wie möglich nachzuspielen. Man traut mir also zu, dass ich so gut schauspielern kann, dass ich ihn im Deutschen genau nachspielen kann. Auch wenn er mal Emotionen zeigt und heulen muss, dann muss ich das im Studio auch. Ich darf ja nicht einfach nur so tun, als ob ich plarre, damit es sich so anhört, sondern ich muss dann auch genauso gut für diesen großen Hollywood-Film, muss ich genauso tief in die Emotionen gehen und schauspielerisch diese Emotionen nachspielen und zeigen. Aber das ist eine ganz andere Aufgabe, als wenn ich sage, den Justus sehe ich in meinem Kopf so und so als Figur. Ich darf dann noch zeigen oder selber gestalten, was der für Pausen macht. Pausen finde ich im Schauspiel unglaublich interessant, denn es zeigt, wie man zwischendurch denkt. So wie ich das jetzt eben gemacht habe, wenn ich überlege, was ich weiter antworte. Man denkt ja dabei nach. Das muss man auch dieser Figur Justus Jonas zugestehen. Deswegen macht der Pausen, der denkt dazwischen. Ich darf die Figur gestalten. Ich darf viel mehr selber, als bei einem Film mit Ben Stiller, darf ich selber gestalten, wann der mal aufbraust, wann der mal über irgendwas lacht und was lustig findet. Also das ist eine unglaublich schöne Aufgabe. Aber das Allerschönste daran ist, wenn man beides macht, wiederum die Abwechslung für mich, dass ich mal das eine mache, mal das andere oder mal ein Hörbuch interpretiere. Also das finde ich schön. Wenn ich jetzt jeden Tag nur synchronisieren würde, würde es mir vielleicht irgendwann langweilig werden. Dann würde mir das Hörspiel fehlen. Aber so darf ich in allen Sparten auftreten und das macht mich glücklich. Silence and Space fragt, wie viel wird vorher geprobt? Wie viel wird improvisiert? Ich gehe jetzt mal aus, dass du die drei Fragezeichen meinst. Wenn wir die aufnehmen, eine neue Folge der drei Fragezeichen. Wir proben die Szene mit allen anderen Schauspielern, die anwesend sind, auf jeden Fall vorher einmal durch. Vorher habe ich das Stück gelesen komplett. Dann proben wir die jeweilige Szene, die dran ist, einmal durch. Dann nehmen wir sie schon mal auf. Dann stellen wir fest, da war vielleicht ein Fehler drin. Die kriegen wir noch besser. Dann nehmen wir es noch mal auf und wenn nötig ist, auch noch zweimal. Es wird ab und zu mal improvisiert, ist ja klar. Nicht unbedingt jetzt mit vielen Texten, aber wenn wir laufen, ins Auto steigen, da passiert alles mögliche, auch wieder in diesen längeren Passagen. Da steht ja nur drin, gehen zum Auto. Da müssen wir uns dann untereinander mit Blicken abstimmen, wann wir dann plötzlich jetzt an der Autotür angelangt sind, wann wir an der Haustür sind, wann wir an der Zentrale ankommen, wie wir uns in den Sessel plumpsen lassen. Das wird alles uns und unserem Spiel überlassen und da improvisieren wir auch manchmal. Aber wir weichen nun nicht seitenlang von irgendeinem Text ab. Das würden wir nicht machen. Sarah fragt, was könnte das nur für ein Name sein? Lieber Oliver, wie würdest du dir eine Freundin für Justus vorstellen? Es gab ja mal Freundinnen bei den drei Fragezeichen. Das hat viele beim Zuhören nur verwirrt, dass dann plötzlich auch die Beziehungsproblematik zu den komplizierten Fällen dazu kam. Um es mal auf den Punkt zu bringen, wie würdest du dir eine Freundin für Justus vorstellen? Sie muss ihn voll und ganz akzeptieren. Sie muss ihn nicht ändern wollen, sondern ihn so nehmen, wie er ist. Lassen ist das große Geheimnis, glaube ich, in jeder Beziehung. Erst dann kann man es Liebe nennen. Ich wünsche mir eine Freundin für Justus, die ihn liebt. Otto fragt, du warst in deiner Jugend auch Punk. Was war da deine Lieblingsband? Naja, also das war nun tatsächlich genau am Anfang der 80er Jahre. Natürlich habe ich gerne Clash gehört. Ich habe Sexpistols gehört. Ich habe in den Anfang der 80er Jahre schon die Ärzte kennengelernt, als sie noch in ganz kleinen Buden aufgetreten sind und bin da sehr gerne hingegangen. Die Surbiers fand ich super, um das gleich mal zu sagen. Es gibt da auch eine Platte, das ist die einzige Platte, das nennt man den Suff-Sampler. Gibt es nur auf Vinyl. Die einzige Platte, auf der die Ärzte und die Toten Hosen jemals zusammen drauf waren, sind. Ich habe die Platte bei mir im Schrank stehen. Musikalisch war ich da ganz am Anfang der Punkbewegung mit dabei und habe das alles eigentlich sehr, sehr gerne gehört. Natürlich auch andere Sachen. Ich habe auch David Bowie gehört und Talking Heads, alles Mögliche. Ich war sehr viel zu kleineren Konzerten im SO 36 Anfang der 80er Jahre. Das hat mir schon gut gefallen. Ich mag auch heute lieber so, ich bin nicht so ein Soul-Freund. Ich bin eher so auf schnelle, ehrliche Gitarren-Riffs. Das mag ich sehr gerne, das gefällt mir. Nina fragt, Oliver, was hörst du eigentlich so zum Einschlafen? Gar nichts, ehrlich gesagt. Entweder habe ich mein Buch mit im Bett oder ich habe auch sonst eigentlich keine Einschlafprobleme. Ich höre Hörspiele sehr gerne im Auto. Ich fahre sehr viele Strecken durch die Veranstaltungen, die ich mache. Ich bin sehr viel mit dem Auto unterwegs, 40.000 Kilometer im Jahr. Da höre ich gerne Hörspiele. Und zum Einschlafen, ich finde hervorragend so in den Schlaf. Eva fragt, der Lieblingskuchen der 3 Direktive ist bekanntlich der Kirschkuchen. Welchen Kuchen magst du im realen Leben am liebsten? Das kann ich genau beantworten. Erstens bin ich gar nicht so ein großes Süßmaul. Ich esse sehr selten süße Sachen, auch kein Dessert nach dem Abendessen. Aber wenn ich mal Kuchen esse, dann ist es sowas wie ein Zupfkuchen. So Käsekuchen und Marmorkuchen vermischt. Es zieht mich nicht so sehr zu süßen Sachen. Also ich esse sehr gerne herzhaft. Eine richtige Vollkornstulle oder eine Graubrotstulle mit harzer Käse und ein bisschen Senf und Kresse drauf. Das tut es eigentlich auch statt einen Kuchen. Thomas Thomas fragt, welche Filme und Schauspieler findest du interessant? Welche Art von Bücher interessieren dich? Ha! Ich komme mal erst auf die Bücher zu sprechen. Also, ich mag sehr bewegende Bücher. Ich bin jetzt kein Fantasy-Freund. Lese ich privat nicht so viel. Ich mag Bücher, wie das, was ich auch als Hörbuch gelesen habe. Papillon von Aurichard, eine Lebensgeschichte, die er geschrieben hat. Gab es auch als Film mit Steve McQueen. Gibt es jetzt, glaube ich, eine Neufassung von. Habe ich noch nicht gesehen. Seine Lebensgeschichte, er ist in den französischen Knast ins damalige Bagnon in Südamerika gekommen. Da hatten die ihren Knast auf Inseln vor der Küste von Südamerika in Französisch-Guyana, wo heutzutage die Raketen abfliegen. Das hat er sehr eindrucksvoll beschrieben, wie er da in Einzelhaft saß nach einem Fluchtversuch mehrmals, wie er geflüchtet ist. Das nimmt mich total mit. Diese Härte, der er ausgesetzt war. Solche Bücher lese ich gerne. Zweitens, mein allerliebster Autor, kann ich einfach mal so sagen, ist Haruki Murakami, ein Japaner. Der beschreibt ganz, teilweise ganz alltägliche Geschichten, die einen umtreiben, wie man darüber denkt und wie sie einen beschäftigen. Das ist jetzt, der schreibt keine Actionbücher, die vorangehen. Dazu sage ich dann gleich noch was. Der schreibt Geschichten, auch Kurzgeschichten. Im Moment ist der gerade auch bei uns in den Top 10 und Top 20 mit die Ermordung des Kommandantore 1 und 2. Der schreibt Geschichten, die einen umtreiben, alltäglich sind und einen über Wochen beschäftigen. Tatsächlich sind das die Bücher, an die ich mich dann auch noch wochenlang erinnern kann, auch an seine Kurzgeschichten. Die gehen mir so nahe und die sind so interessant für mich, komischerweise. Die sprechen mich total an. Wer mal in die Welt des Haruki Murakami einsteigen möchte, dem kann ich nur empfehlen. Es gibt da ein kleines Buch mit zwei Kurzgeschichten, die zusammengehören. Bäckerei über Fall 1 und Bäckerei über Fall 2. Total schön. Man denkt ganz lange an den Inhalt. Hat man wahrscheinlich in einer Stunde ausgelesen, das ganze Buch mit beiden Kurzgeschichten. Ist total unterhaltsam. Ich will da gar nicht spoilern. Das ist die Welt des Haruki Murakami und die ist wunderschön. Und auch alle seine anderen Bücher sind großartig. Ein Japaner, den mag ich sehr gern. Modern, schreibt nicht alte japanische Geschichten, sondern Geschichten von jungen Japanern, die heutzutage spielen. Dritte Sache, was ich gerne lese, ist zum Beispiel die Kriminalromane von John Nesbö. Die sind natürlich extrem knallerartig, extrem spannend, sodass man das gar nicht weglegen kann, dass man aber schwitzige Hände kriegt. Finde ich super, wie der schreibt John Nesbö. Mag ich total. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt alle Schweden-Krimis auch verschlungen habe. Tue ich gar nicht. Aber John Nesbö ist für mich ein ganz großer. Also, Filme interessieren mich eigentlich auch immer, wenn sie mich so ein bisschen vom Herzen her ansprechen. Ich mag auch Actionfilme so zur Unterhaltung als Knaller mal dazwischen. Also Bond oder Matt Damon als Born und so. Aber noch schöner finde ich Filme, Betroffenheitsfilme mag ich total gern. Wo es um irgendwelche Geschichten geht, um Veränderungen des Charakters, um alle solche Sachen. Es muss mich ein bisschen berühren. Das mag ich. Ihr seht, der Teller ist leer. Ich komme gerne irgendwann wieder. Dann machen wir gerne wieder neue Fragen. Schreibt sie auf jeden Fall an Europa. Hier sitzen großartige Leute, die sie alle für euch rausfiltern. Aber wie schnell das dann geht mit der Beantwortung, das muss man dann sehen. Ich freue mich auf die nächste Fragestunde. Und grüße euch alle sehr herzlich hier aus den Büroräumen der Online-Redaktion von Europa und Sony Music. Bis bald.